Ey, komm mal her, Mäuschen hier, du hast alles Räder im Kopf. Mach mal Fotze auf, ich mach mal Kickflip rein. Ich halte mich kurz ein, ich singe ein jüdisches Lied. Israel und Palästina, Yorushalayim. So. Gibt's das? Yorushalayim gibt's, das hat mit Israel und Palästina nicht so viel zu tun, aber potenziell existiert das. So, während hier noch Überwachung läuft, kann ich ja dieses Mikrofon vielleicht doch nochmal ein Stück Richtung dein Schlund rüber neigen. Aber es läuft. Damit man uns hoffentlich gleich laut hört. Unsere kranken Stimmchen. Ja, wir haben beide so ein bisschen. Du hast mehr so im Hatzen das Kralzen. Ja. Und ich hab mehr so in der Schnotze das Nasen. Ich hatte ja alles, ich hatte ja Grippe, es war alles Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Es war ein Cocktail, du bist einmal zur Bar gegangen, war Zillobar und hast gesagt, hier einmal bitte Döner mit alles. Mich wurde angesteckt von einer Person. Und das kann ich zurückführen, weil die vor mir krank waren und so. Patient Zero quasi. Genau. Aber ich hab's überlebt, jetzt zwei Wochen lang im Bett gelegen und gechillt. Aber was doof bei Grippe ist, dass du ja keine gute Laune hast. Das ist nicht so, du sitzt auf der Couch und zockst irgendwie PS4 und denkst, geiles Leben. Sondern du hast zunächst Bock, Kopfschmerzen den ganzen Tag und bist zunächst zu gebrauchen. Hättest du auf der Couch gesessen PS5 gezockt, dann hättest du gute Laune gehabt. Aber man kann nicht alles haben, ne? Ey, heute kam ein neues PS4-Spiel, BWE 2K24. Was kam? Kam heute. Heute verliest. Und du bist trotzdem hierher gekommen. Ne, es kam. Wisst ihr das überhaupt zu schätzen? Es wurde vor fünf Tagen oder so verliest für euch quasi, also in eurer Zeitrechnung. Aber da ich die Deluxe-Version bestellt habe, kam die erst irgendwie heute, warum auch immer. Und angekündigt war es eigentlich erst zum 10. oder so. Ne, am Montag erst, frühestens. Aber es kam heute schon im Briefkasten. Und ich bin echt rein, hab die PS4 angeschmissen, es installiert, während mein Freund gekocht hat. Und als er fertig war mit dem Kochen, war es gerade fertig installiert. Konnte also nicht mehr zocken. Gegessen, zu dir gelaufen. Aber nächsten Tag, Robin, werden Gott los. Da kann man da Frauen verprügeln, ja, ne? Also Frauen dürfen Frauen verprügeln. Aber es ist... Keine Männer dürfen Frauen... Was ist das für Gleichberechtigung? Es war Frauentag, das muss gebührend gefeiert werden mit einem ordentlichen, saftigen Trachtprügel. Frauentag ist ein alter Terminus, man sagt inzwischen entweder Flinta-Kampftag oder feministischer Kampftag. Wer ist Mann und wer legt das fest? Ne, Flinta... Also beim Blumenladen stand Frauentag an der Ladentür. Ja, es hat doch das alteingesessene, aber eigentlich sagt man jetzt eher, sprich mal von Flinta-Personen, das sind alle, die nicht cis-geschlechtlich sind. Also nicht cis-männlich sind. Okay, und warum erobern die den armen Frauen jetzt den Tag weg und kriegen nicht einfach eigene... Ne, das ist die Alice Schwarzer und J.K. Rowling-Ansicht. Ist das so? Eigentlich ist es so, dass die... Also viele Frauen es eher so sehen, dass sie es auch andere Menschen dazunehmen, die halt auch vom Patriarchat unterdrückt werden, wie eben Trans-Personen, nicht-binäre und so. Okay, aber Männer werden auch vom Patriarchat unterdrückt. Das ist eine echt krasse Diskussion, das stimmt tatsächlich. Also einfach ein Tag für alle. Es gibt Menschen, also Männer, die ja auch nicht männlich genug sind für viele cis-Männer. Auch die Männer, die betont männlich sein wollen, machen das ja nur, weil das irgendwie vorgelebt wird. Du darfst jetzt nicht weinen und so. Sicher, deswegen ist die Diskussion sehr stark, wem gehören diese Schutzräume. Das ist echt ein riesiges Thema. Ja, aber der Frauentag ist ja eigentlich nie ein Schutzraum gewesen, sondern einfach ein Tag für die Frau. Das ist aber zu wenig. Ich habe gesehen, dass hier CDU und Peter Klein da irgendwie so Rosen verteilt haben und Schokolade an die Frauen, wo viele Personen sagen, ich will keine Schokolade, ich will Gleichberechtigung haben. Und ich finde das alles so Bseudo mit diesen Rosen und so. Das ist Quatsch, das muss gekämpft werden. Das ist ja jetzt wieder die Hipster-Einstellung, das ist doch ein Symbol, weißt du. Das Symbolpolitikern kann da getroffen. Weißt du, wenn hier Gorbatschow irgendjemanden küsst oder so, das sind doch Symbole, ist das doch. Ja, Bruderschaft. Da kannst du nicht, oh, ich will jetzt hier keinen Kuss, ich will, dass die Mauer fällt oder so, weißt du. Ja, naja, ist doch richtig. Na ja, aber das Symbol ist doch auch erstmal eine schöne Sache. Ist zu wenig, weil viele glauben, es wäre ja alles. Ich hänge jetzt hier meiner Kollegin in einem Pralinenkasten, oh, bin ich jetzt ein guter Mann und habe ich jetzt ihren Tag gerettet. Dass es aber Gender Pay Gaps gibt und Orgasm Gaps habe ich jetzt auch gelesen und so weiter. Orgasm Gaps, Tino, jetzt bist du ja wieder gefährlich in eine Bubble abgerutscht. Was ist denn bitte ein Orgasm Gag? Den mache ich jetzt, Achtung, kommt eine Frau in die Bar. Nee, es ist tatsächlich so, es gibt viele Umfragen und auch Studien, die halt belegen, dass heterosexuelle Frauen, also die halt mit Cis-Männern schlafen, am wenigsten häufig zum Orgasmus kommen. Am meisten kommen, glaube ich, lesbische Frauen zum Orgasmus. Dann Frauen, die mit bisexuellen Männern ins Bett gehen und am Schluss kommen dann die heterosexuellen Frauen, die halt mit hetero-Männern schlafen. Und die sich wohl, also kann man interpretieren, nicht so eine Awareness haben, wie man mit einer Frau umgeht und wie man, äh, es ist auch vielen Männern egal. Ich habe auch schon Männer kennengelernt, die gesagt haben, wenn ich komme, ist Schluss, so. Es gibt auch Frauen, die das sagen, habe ich auch schon erlebt, die meinten, ja, Sex ist für mich zu Ende, wenn der Mann gekommen ist. Das gibt es auch, aber es soll eben dafür, dass es halt viele Frauen gibt, die zu wenig zum Orgasmus kommen, bis gar nicht. Das kann doch auch einfach biologische Gründe haben, weißt du, nicht, dass ich jetzt von mir spreche, aber viele Männer haben ja das Phänomen, was relativ klar biologisch ist, dass wenn du zum Orgasmus gekommen bist, du Melatonin ausschüttest, was dich müde macht, ja, und viele Männer leiden ja unter dem frühen Orgasmus, ja, und dann, ne, sind die vielleicht noch willens, ja, aber sie sind einfach so erschöpft, da muss ich jetzt mal am Frauentag schützend vor die Männer springen. Das ist, das ist nur die halbe Wahrheit, ja, man kann ja, also Sex ist ja nicht nur Penetration mit dem Penis, man kann ja auch mit den Händen und anderen Sachen. Ja, aber das können die ja alles machen, aber die sind zu müde dafür, dann, ja. Dann sorgen sie halt dafür, dass zuerst die Frauen, jetzt, ja, mit der Riesung genommen. Aber dann, kommt das nächste Problem, dann sind die so schon angeheizt, dass die dann einer Sekunde weg sind vom Fenster. Wer? Die Männer? Die Männer. Ja, wenn auch, wenn... Weißt du, die Frau, die kann endlos, immer und immer wieder. Nein, nicht alle, aber man, ne, man kann das doch, ich kenne das aus meiner sexualpädagogischen Praxis, da gibt es schon Methoden, dass man halt sagt, ey, wenn der... Methoden? Methoden, wenn der Mann, also das ist eine heterosexuelle Beziehung, wenn der Mann halt oft zu früh kommt und es wird so ein Problem, dann kümmert man sich eben zuerst um die Frau, dass halt sie zum Orgasmus kommt und versucht so ein paar Sachen. Und wenn sie gekommen ist, dann darf der Mann reinhämmern, dann kommt er zum Orgasmus, weil die sind happy. Wenn der Orgasmus dann überhaupt das Ziel ist, denn Orgasmus ist nicht das Ziel des Sexes unbedingt. Man kann ja auch ohne Orgasmus Spaß haben. Aha, so, das müssen sich diese hetero Frauen jetzt einfach mal hinter die Ohren schreiben. Weißt du, ihr könnt auch ohne Orgasmus, was soll denn das, was verlangt ihr denn hier? Also du, die sagst doch erstmal ohne Wertung, also das heißt ja nicht irgendwie, ähm... Ja, was ist denn das für eine Studie? Wie viele Leute waren daran beteiligt? Und kann man da ein Bias herausarbeiten? Die kann ich dir nachreichen, ich hab die in meiner Fortbildung gehabt. Weil, also das ist für mich wieder so eine Kategorie, ich will das jetzt gar nicht zu dir runterreden, ne, ich provoziere da ja auch ganz gerne mal. Eigentlich ist mir das wieder relativ egal, so wie mir jede Frau egal ist. Nein, aber das klingt schon wieder nach so einer Studie vom Fach. Warum macht man diese Studie überhaupt? Aber ist ja okay. Ja doch, weil ja, wenn es doch irgendwie auffällig ist, ich meine selbst ich, ja, als ich noch Teenager war und so weiter, und man unterhält sich ja mit Freundinnen und Freunden und so, da geht es auch so, wer kommt zuerst und Orgasmus. Und dass manche auch gesagt haben, auch weibliche Personen, dass sie mit Mitte 20 noch nie einen Orgasmus hatten. Obwohl sie viel Sex haben und so. Und das liegt jetzt immer am Mann? Laut der Studie ist es ein Faktor. Wenn lesbische Frauen sagen, dass ihr Sex irgendwie, dass sie öfter zum Orgasmus kommen und es auch länger dauert und so weiter, und es sie mehr ausfüllt, und heterosexuelle Frauen viel mehr sagen, ich komme ganz selten gar nicht zum Orgasmus, ist es schon eine Aussage. Die sind einfach von der männlichen, Alpha-Männlichkeit der Männer so eingeschüchtert, dass sie sich nicht trauen, einfach mal die Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, guck mal, eins, zwei, drei, vier, diese Sachen will ich jetzt gern mal haben. Das gibt es auch, manche Männer wollen auch überhaupt nicht. Oh, bitte, das ist mir peinlich, bitte, oh nee, mach das Licht aus, bitte, guck mich nicht an. Das gibt es auch. Ich habe heute einen Run, es tut mir leid. Aus solchen Renten haben wir aber schon gehabt tatsächlich, die gesagt haben, sie trauen sich nicht, ihr Mann zu sagen, dass es ihnen Sex keinen Spaß macht, na klar, aber was willst du machen? Ja, und deswegen ist alleine auch dieses Vortäuschen, das Dümmste, was man machen kann, schon wieder ein Angriff gegen die Frauen. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag, tut mir leid, ich bin ja heute gerade richtig warm gefahren, Frauen sind super. Ich bin ja voll in meinem Arbeitsmodus, aber es ist ja so, das kann ja auch manchmal eine Rettung für die Frau sein. Rettung, Alter. Ja, aber Alter. Nein, guck mal, was war auf, wenn der Mann so lange auf sie reinhämmert und nicht aufhören will. Ja, aber dann kann die doch darüber reden, statt, oh ja, oh, Rettung. Aber es gibt auch Männer, die, sie brauchen das, sie fühlen sich erst dann als Mann, wenn sie es ihrer Frau besorgen können, weißt du? Ja, aber das können die ja dann beim nächsten Mal machen, wenn die dann geredet haben und sich ein bisschen mehr eingegroovt haben, weißt du? Aber also, ich habe auch keiner ganz mehr vor geforscht. Ich verstehe das, ich verstehe das, dass Frauen das machen und auch warum, aber ich halte es trotzdem für viel cleverer, das nicht zu machen, sondern das offen zu adressieren. Ja. Und das, ich will jetzt kein Victim-Blaming machen, aber... Das trauen sich aber auch nicht an, wie gesagt. Ja, das ist halt schade. Ja, klar ist das schade. Das ist wie, wenn die Flinta-Session von Skatern fernab von allen anderen Skatern stattfindet. Das ist genau das Gleiche, finde ich schade. Nee, kann ein Schutzraum sein. Ja, aber das finde ich schade, weil das superiert wieder, dass man geschützt werden muss, aber manchmal muss man vielleicht gar nicht geschützt werden, sondern ist eigentlich ganz cool so, weißt du? Also ich weiß von Leuten, die nicht gesprochen haben, über solche Flinta-Spaces, die wollen ja gar nicht immer nur getrennt von Männern sein, aber manchmal wollen sie einfach nur unter sich sein oder einfach ohne angestarrt zu werden, ohne angesprochen zu werden, unter sich einfach skaten und ein bisschen üben. Alle Männer starren immer. Nein, nicht alle, aber es ist schon ein Ding. Ich weiß nicht, in welchen Spaces du sonst unterwegs bist, aber generell, Alter, die Skater-Szene, die ist sowas, das ist, deswegen fühle ich mich da ja auch so wohl, die ist ja übelst tolerant, Alter, also außer jetzt zu fährst City-Roller. Ja, aber sagst du jetzt doch wieder als männliche Person, weißt du? Ja, aber ich sehe es doch trotzdem, dass jeder neue Skater willkommen geheißen wird, ob der männlich, weiblich oder sonst was ist und man freut sich, weil jeder Skater ist ein Gewinn für die ganze Szene. Weil wir halt so ein Underground-Ding sind, so nicht gern gesehen und je mehr da sind, desto besser und kein Skater sagt irgendwie, guck mal hier, da ist ein Anfänger, so scheiße. Natürlich, kein ist jetzt wieder eine Übertreibung, es gibt immer Assis, aber das ist bei Skaten so gering, Alter. Du hast halt nicht dieses... Jede weibliche Skaterin zum Beispiel, wie oft wurde sie jetzt schon von irgendwelchen Typen angemacht? Wie viel wurdest du zum Beispiel schon angemacht von irgendwelchen Leuten beim... Zu wenige. So, guck. Ja, aber was hast du denn angemacht? Und Frauen sagen vielleicht zu oft, dass sie irgendwie angesprochen worden sind, dass wir über die Übergriffe sparen, Landsplaining und so. Na, aber nervig, wenn sie jetzt abfassiert... Alter, das ist halt, das ist so hart, Alter. Da bin ich schon richtig paranoid, da bist du schon in meinem Kopf. Leute, wir kommen gleich mit den News. Es geht gleich los. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ohne Spaß, wenn ich, Jodie zum Beispiel, ist die Jüngste, die jetzt da ist, also nicht die Jüngste, sondern halt am wenigsten Zeit ist vergangen, die ist vor einem halben Jahr dazu gestoßen, ja. Und da habe ich mich am Anfang gar nicht getraut, der einen Tipp zu geben, ja. Und diesen Gedanken hätte ich bei einem Kerl gar nicht gehabt. Ja. Und das ist doch schizophren, Alter. Das will sie vielleicht aber auch nicht. Ja, aber vielleicht will der Kerl das auch nicht. Aber es ist doch nett, wenn jemand auf dich zukommt, wenn du Anfänger bist und der sagt, ey, hier, du willst Olli machen, probier mal das so. Das kann nicht sein. Und dann bin ich nämlich auf sie zugegangen und habe gesagt, ey, ich will nicht nerven, aber falls du Bock hast, kann ich dir vielleicht ein, zwei Tipps geben. Ich mache das schon zwei Jahre. Und so ist es richtig, so ist es richtig. Aber manche kommen ja auch auf die Frauen zu und sagen, ey, Mäuschen, pass mal auf. So musst du, so musst du dich da draufstellen. Das ist doch nie passiert bei den Skatern, Alter. Ey, komm mal ja, Mäuschen hier. Du hast alle Skater im Blick. Mach mal Fotz auf, ich mach mal Kickflip rein, du. Das alles geht da im Blick, ich merke das schon, du kennst jeden persönlich, ich weiß von jedem, dass er sich richtig verhält. In Weimar kenne ich jeden. Erst mal ausziehen. Jetzt ziehe ich mich aus, jetzt hole ich mal wieder Faust auf, aus. Ich war jetzt drei Wochen nicht mehr da, ich musste erst mal meinen ganzen feministischen und sexuell-pädagogischen Output hier raushauen. Ja, nee, also es war halt, wie gesagt, auch durch diese Flinter-Session war das für mich gerade auch ein Thema. Und jetzt fängst du an mit Flinter-Tag und ich bin da voll dafür, aber hab doch einen separaten Tag. Ist doch geil. Weil dann ist doch viel mehr Augenmerk drauf, oder nicht? Statt wenn man jetzt sagt, wo sich eh, ne, ich, von mir aus, mach doch, ist mir egal, wenn Frauentag jetzt Wintertag ist, von mir aus, mach das. Aber das Gros der Gesellschaft wird sich da eh wieder querstellen und dann ist ja nichts gewonnen. Und deswegen lieber einfach einen neuen Tag und dann ist das doch cool. Weißt du, dann kann sich das etablieren. Aber jetzt, ey, warte mal, ja, aber wenn, wenn dann natürlich deine Bubble sagt, klar, wir Frauen wollen euch alle drin haben, das ist ja fein und Dandy, ja. Aber, naja, Oma Ulrike und Tante Petra da drüben, die denken sich, hä, was willst denn du jetzt hier? Du hast ja irgendwie einen Regenbogen, denkst jetzt, du hast jetzt auch, was weiß ich, so denken die ja. Das ist natürlich schade, dass die so denken, aber es ist ja ein Fakt, leider. Ich hab mich schon in das Plakat gesehen, jetzt zweimal zum Flinterkampftag, wo drauf stand, Feminismus ist immer intersektional. Das heißt, man kann nicht nur sagen, ey, wir schützen jetzt nur Cis-Frauen, sondern es muss halt um jeden gehen, der von Patriarchat unterdrückt wird. Weil das ist ja Feminismus, von Patriarchat sich zu befreien. Und auch Transpersonen sind davon. Ab diesem Punkt drehen wir uns im Kreis, denn auch Männer werden ja von diesem Patriarchat unterdrückt. Natürlich, das ist eine Frage, die nicht geklärt ist. Wir hatten auch, als wir gesprochen hatten darüber, es ist eigentlich eine Flinterperson, wenn du jetzt eine Party machst, Flinterspace only, Was machst du denn, wenn jetzt drei bärtige, dicke Männer und große Männer dastehen und sagen, dass sie nicht binär sind? Erschießen. Was machst du denn dann, weißt du? Es ist nicht einfach. Erschießen. Hinrichten. Einfach kaputt schießen. Von mir aus. Dort machen. Mach dann deine Flossgelroppel, deine Einschließung. Ey, saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr noch dran seid. Die heißen News der Woche werden auf euch unterprasseln. Noch und nöcher klingelt die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Jeden Sonntag 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube. YouTube auch. Oh, geil, Alter. Da sogar mit Thumbnail und so. Es ist der Wahnsinn. Wir sind Ronny Berger und... Oh, jetzt habe ich mich selber benannt. Und Tino Berger. Keine Ahnung. Toni Maroni. Cool. Also, was ist denn diese Woche wieder? Saftiges passiert. Ich werde gleich mal einsteigen mit letzter Podcast-Folge, die ich gehört habe von Herodes und ihr. Oh, scheiße. Da haben wir schlecht über dich geredet. Ach, ich fand's okay. Ich fand's okay. Ich habe eher eine Kritik gelesen in der Oase, wo ihr euch einkaufen könnt. Ja. Wo gesagt worden ist, ihr habt ja über Chane gesprochen von Apple War Pictures. Und da geht's ja um eine Person, die gegroomt worden sein soll. Die war 15 Jahre zu dem Zeitpunkt, hat auch Sex mit Chane, wo er schon über 30 war. Und da hat jemand geschrieben in die Oase, dass ihr die Person missgendert hättet. Ihr habt ja über sie gesprochen. Und da ist es mir nicht passiert, wer wurde dann geschrieben in die Gruppe, wo ich dann dachte, naja, also aus Versehen habt ihr es richtig gemacht. Denn die Person wird zwar, wie ich es verschackt habe, trotzdem mit sie angesprochen. Sie verwendet beides, habe ich hinterher gelesen. Aber selbst wenn damals wurde sie in ihre Wagyu reingefiggert. Nee, man spricht auch immer von dem aktuellen. Ja, aber weil sie in ihren Tweets auch davon spricht, dass sie damals als die Lucy da bekannt war. Das darf sie ja selbst machen. Sie selbst der Name. Also sie spricht ja selber so ein bisschen über eine andere Person sozusagen. Aber egal. Das ist jetzt Haarspalterei. Weil wenn es jetzt darum geht, dass da missgendert wurde, wird der große Kontext vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen. Ich wollte nur sagen, das war erst mal, wo ich dachte, es ist bemerkenswert, dass es in der Gruppe drin stand. Und wo ich aber vorhin nicht Lanz brechen muss, ihr habt es aus Versehen richtig gemacht. Ich dachte, du willst jetzt eigentlich die wahre Kritik ansprechen. Nämlich, dass die Tonspuren gegen Ende des Podcasts leicht verschoben waren. Ich dachte erst, ja, es ist einfach nicht so ein Krum miteinander. Und ich hört euch immer ans Wort, aber es war... Es muss durch Discord-Lag gekommen sein, weil ich hatte es ja... Das ist eine große Spur. Ich habe die nicht zerkattet. Und vorne, die erste halbe Stunde ist ja eigentlich alles perfekt. Und dann sackt es leider etwas ab. Das kommt jetzt nicht mehr vor, denn wir sind hier live. Ja, wir sitzen nebeneinander und stecken uns mit Bazillen an gegenseitig. So, und das große Thema dabei ist nämlich, das wurde diese Woche noch größer aufgebläht. Denn Schlumpf, aka Rezo, hat sich auch nochmal reingelehnt. Und der hat ja eine gewisse Reichweite. Und hat das dann auch nochmal für seine 12-jährigen Kitty-Zuschauer eingeordnet. Und was ganz gut ist, weil dann kommen die vielleicht später nicht in so eine Situation. Aber das Eigentliche, ja, sind ja nicht irgendwelche Pronomen, sondern dass dieses Team von bis zu 14 Leuten drumherum von nichts etwas gewusst haben wollte. Und genau das wurde jetzt diese Woche richtig explizit nochmal auseinandergenommen. Weil ja dann selbst ein Aiblali ankommt und sagt, ja, da gab es die und die Gerüchte. Ja, und das war mir bekannt. Und so ein Aiblali, der war ja jemand, der nur so am Rande mal da war. Ach ja, stimmt, Viktor, ne? Genau, der nicht wirklich zum Team gehört hat, sondern halt für drei, vier Drehs mal da war. Das habe ich gesehen in den Livestream, wo er sagte, also nur einen Ausschnitt, wo er sagte. Ja, der redet ja immer so, ne? Er sagt ja das auch immer so. Genau. Und er meinte eben auch, dass er mitbekommen hat, dass er wohl irgendwie ein bisschen komisch ist, Chan. Und dass es über ihn auch so Sprüche gibt, so Pedro-Chan und so. Und er hat auf irgendwelchen Messen auch Hausverbot bekommen. Wobei ich das wieder als Beweisführer so ein bisschen dumm finde, weißt du? Aber es ist fand schon begleitenswert. Also wir hatten auch ein Video, wo wir als Pädobär rumgelaufen sind und das jetzt irgendwie als Beweisführung nehmen. Ist irgendwie ein bisschen quatschig, aber es unterstützt natürlich dieses, das Team hat nichts gewusst, weil das haben die hochgeladen. Aber also dieser Pädobär war halt ein allgemeines Meme, ne? So, aber ja, der Alblali-Victor-Whatever, wie er sich nun jetzt schimpft, hat dann auch erwähnt, ein Gerücht, dass der auf einer Convention, die in der Schule war, mit einer 14-Jährigen auf dem Klo verschwunden ist und so. Und wenn, das ist halt, was im Raum steht, wenn selbst er sowas wusste, der nicht zum Kernteam gehört, wie kann das sein, dass alle anderen das nicht wussten? Dann gab es so viele Sachen, da gab es ja noch zwei andere Dubiose in diesem Team. Das ist einmal Skli-Fan und einmal Krimi-Spinner. Oh, die kenne ich eigentlich nicht. Und ja, ja, pass auf, das entwickelt sich noch ganz heiß. Also da, die haben, also der eine von denen hatte eine Freundin, die hatte kurz vorher einen Vater verloren, war deswegen sehr formbar, sag ich mal. Und der hat die dann überredet, mit einer anderen einen Dreier zu machen. Die andere, hat sie dann hinterher erfahren, war erst 15. Und dann hat er gesagt, ja, aber ist kein Ding, die macht das schon seit einem Jahr mit uns, immer mal so Dreier mit Jan und so. Das ist alles cool. Die ist das gewohnt. Und dann? Also, solche Sachen stehen da jetzt im Raum. Ja, die ist fünf, aber kann schon wie eine Sechstejährige. Oh Gott, ist das eklig, ey. Und ja, das steht halt jetzt im Raum. Und alle haben sich natürlich distanziert und dann dieses Planitüden, Solidarität mit den Opfern und so. Ja, okay, cool. Aber jetzt sind große Fragezeichen im Raum. Wie kann das sein, dass das alles nicht bemerkt werden soll, gewesen, haben Eloquenz? Also, ich kann mich ein bisschen reinfühlen, weil wir hatten ja vor zwei Jahren oder so auch bei der Partei so einen Fall von einem Genossen, der, also ehemaligen Genossen, der Pornos gedreht hat mit minderjährigen Mädchen, die teilweise 14 waren, hat die bezahlt und so. Und da wurde auch mir vorgeworfen, wie kannst du es nicht gewusst haben, du warst bei ihm auf Veranstaltungen, auf Fotos, hast du mitgewählt und so. Und was ich wusste ist, dass er halt Pornos dreht, aber da ich ihn nicht so ansprechend fand optisch, habe ich mir die nie angeguckt. Ich wusste, dass die irgendwie online sind, dass das bei seinen Kumpels macht und es da auch heiß hergeht. Aber die hat die einfach normal veröffentlicht oder was? Ja, bei X-Hamster kam, wusste ich auch vorher nicht. Ja, aber wird das nicht irgendwie gecheckt oder so? Oder sahen die nicht aus wie 14? Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, man hat es wohl nicht gleich bemerkt und so. Ich habe es auch nicht gesehen, das wolltest du mir einfach nicht angucken, danke. Und wo ich auch dann sagen musste, ey, ich wusste es aber wirklich nicht. Es gibt echt Menschen, die heute sagen, ich hätte es gewusst, dass er mit minderjährigen Sex hatte. Aber ich war nie auf diesen Partys, ich habe ihn nie privat getroffen, immer nur auf Parteifanstalten und so. Ja, aber das sagen die Bandmitglieder von Till auch, Tino. Ja, zum Teil. Ich war nie auf diesen Partys. Ja, aber das ist doch was anderes jetzt. Du warst auf einem Parteitag mit irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Mitglieder hat die Partei? Schon ein paar Tausend, oder? Es sind 50.000 oder so. 50? Ach du Scheiße. Müssen die nicht schon alleine 10% haben, wenn die es nicht alle selbst wählen? Nee, nicht ganz leider. Nicht alle wählen die ja auch. Ach, die Parteimitglieder wählen nicht mal die Partei. Das ist ja traurig. Stimmt, aber viele wissen nicht als Mitglieds, weil sie besoffen auf Festivals eingetreten sind. Schade. Naja, jedenfalls geht es ja hier um wirklich so ein YouTuber-Kollektiv, die alle zusammen im gleichen Haus und so immer zusammen Videos gemacht haben. Das kann man auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo sie dann Sachen gemacht haben. Genau, das ist der nächste, gut, dass du es erwähnt hast, der nächste Spicy-Shit, der im Raum steht. Dass da unter anderem dann so Leute wie Mr. Trashback auch drin waren, wo dann so sich Fotos, das ist natürlich alles noch nicht so ganz bestätigt, aber das sind halt immer mehr Sachen, die zusammengetragen werden und ein saftiges Mosaik ergeben, sage ich mal. Und das ist natürlich interessant, gerade auch im Kontext, dass die damals ja auch mit Lord Abaddon viel zu tun hatten, der ja auch da so eine, die Abaddon-Bitches hatten, die imperialen Bitches, die ihm dann Fotos geschickt haben und da war dann auch eine 13-Jährige dabei, von der er auch Fotos bekommen hat und dann nach mehr gefragt hat und so. Und das ist alles schon so ein bisschen mehr als sass. Und sogar Theo wurde so ein bisschen reingezogen, ne? Genau, der hat sich davon ein bisschen distanziert, fand es aber auch so ein bisschen komisch. Was ich aber auch komisch fand und vielleicht ist der Typ einfach so, ich bin nicht so in dem Game drin, was Rezo angeht, wie zum Beispiel Herr Rhodes, vielleicht kann er mir das professionell einordnen, wie authentisch das war. Weil in dem Rezo-Video, das für mich so fast ein bisschen gespielt. Oder ich bin eine kleine Spur Soziopath, dass ich mir das halt alles mit einer gewissen Distanz angucken kann und sagen, hm, cool. Oder halt auch nicht so cool. Aber Rezo spricht da so, und das ist nicht cool. Ja, und also so, ich weiß nicht, das hat für mich so ein bisschen aufgesetzt. Aber ich rede von Theo, nicht von Rezo. Ja, ja, ich weiß, aber der hatte das, glaube ich, auch als Thema. Und von dem ist halt jetzt das meistgesehene Video, was dieses Thema bearbeitet. Nein, noch nicht gesehen, aber Theo hat ja irgendwie auch gesagt, er will sich dazu nicht groß äußern. Hat nur gesagt, er schämt sich für das eine Mal, wo er wohl mit einer 17-Jährigen geschlafen hat. Er wusste, dass sie mitteljährig ist, er hat es auch bereut im Nachhinein, verentschuldigt er sich auch, aber die anderen Vorwürfe von wegen, er hätte wohl Sexpartys geschmissen mit irgendwelchen Minderjährigen und so, hat er echt nur im Raum stehen lassen. Nee, da hat er, also da habe ich einen Livestream-Ausschnitt gesehen, wo er halt relativ kurz sagt, was soll ich dazu sagen, das ist so nicht und wie soll ich es jetzt beweisen? Das war schon sehr kurz irgendwie, er hat dann schon oft gesagt, naja, soll ich dazu sagen und geht zum nächsten Thema. Ja, die Diskussion hatte ich ja auch mit Herodes schon, was kannst du denn eigentlich machen, so, wenn du keine klaren Beweise hast, also wie könnte jetzt ein Chan zum Beispiel damit wirklich umgehen? Gar nicht eigentlich, das ist ja eine Loose-Lose-Situation, so. Ich habe das letzte Mal halt gesagt, entweder du musst halt wirklich zu Kreuze kriechen, aber das wird eh nichts bringen, dann sagen Leute, okay, vielleicht hat er sich wegen sehr entschuldigt, aber es ist nicht sehr entschuldigend, whatever. Oder du machst halt diese Julien's-Block-Attitüde und sagst, ja, da habst du die alle weggepumpst, was will ich hier lösen? Und dann werden natürlich übrigens viele dich haten, aber dir wird wahrscheinlich irgendwie so ein Kern dadurch erhalten bleiben, weil du halt mit dieser Attitüde auch Leute anziehst, aber also alles dazwischen geht, glaube ich, gar nicht mehr. Er zieht sich ja zurück jetzt, Charles, und er will ja alles löschen und so. Ja, und sein PC verkaufen, das ist alles so ein bisschen. Hat ja auch weird. Hier ist auch noch was rausrotiert, der hat auf diesen Conventions unter anderem so kleine Zettelchen verteilt. Hallo, du sackige Sackfalte, hiermit bekommst du einen Einmal-Knuddeln-Gutschein. Bekleidungszustand entscheidest du. Grüße und so. Das ist schon sehr systematisch. Lass dich nicht unterkriegen, ha, ha, ha. Und hier unten nochmal, hiermit erhalten sie einen Gutschein, auf einmal ordentlich die Stellung, die Bremer Stadtmusikanten ausüben oder einmal knuddeln. Grüße und so. Can. Also eine Pyramide bauen quasi. Ja, wahrscheinlich. Also das ist einfach so, das ist halt auch einfach so schlecht, Alter. Es wirkt schon sehr systematisch, trotz allem, ne? Das ist einfach so schlecht, dass wir auch nur denken, eine 14-Jährige freut sich darüber, aber das ist ja so schlecht. Das war ja auch das Erbeuteschema. Und du musst dir ja überlegen, der ist ja damals schon irgendwie 35 oder so gewesen. Der ist jetzt 43, glaube ich, 81er-Jahrgang oder sowas. Und das ist doch einfach nur Scheiß, Alter. Was ist denn das? Die Stellung Bremer Stadtmusikanten. Das deutet schon wieder ein Dreier mindestens an, oder? Ist jetzt der Zillindemann des YouTube. Ja. Ja, ja, ja. Wo wir gerade bei Sexualisierung sind. Ja, ja, genau. Lass uns direkt mal weitermachen, weil das schließt ein bisschen an unsere Vorrede an. Ist jetzt nicht die große News, aber Dragon's Dogma 2, wir freuen uns ja alle tierisch drauf, ne? Tierisch. Dragon's Dogma 2 ist jetzt endlich released und, äh, nicht, äh, Moment, ich verspreche mich hier noch. Der Character Creator ist endlich released, ja? Und man kann so fucking realistisch aussehende Figuren bauen. Das ist schon sick. Warte, ich hab hier an, äh, Rion gerade eben noch eins geschickt, wo jemand einen Pikachu nachgebaut hat. Wie witzig. Es ist hervorragend. Und auch mein neues Profilbild ist aus diesem Editor. Aus so einer KI oder so. Es ist wunderschön, Alter. Und die Leute hypen das richtig hart an, weil es wirklich einer der besten Editoren aller Zeiten ist. Weil, auch wenn du Figuren richtig hässlich machst, sehen die trotzdem irgendwie realistisch aus. Sodass du denken kannst, durch die glänzende Haut oder so. Also das schon als Profilbild von dir war jetzt nicht so realistisch. Ja, das vielleicht nicht so, aber warte, ich guck, ob ich vielleicht hier noch irgendwie eins, zwei finde. Es ist halt, hier ist noch so ein haariges Ding. Es sieht jetzt nicht... Es hat so eine schwarze Katze so ein bisschen zu sehen. Ja, vielleicht nicht realistisch, aber es sieht halt trotzdem echt aus, weißt du? Ja, ja. So, das ist schon... Das könnte so ein Eldien sein oder so, so ein Animagus. Ja, so. Und, äh, dieser wurde jetzt beworben auf Instagram vom offiziellen Account von Capcom, beziehungsweise halt Drang's Dogma mit, äh, diesem hier. Also es ist nur der Editor. Genau, nur, du kannst quasi zwei Wochen vorher jetzt schon mal deine Figuren in Ruhe erstellen und wenn das Spiel da ist, kannst du halt die Figuren importieren. Aber du das Spiel hast nur, oder? Oder kann jetzt jeder editieren? Das Editieren kann jeder machen. Ach krass, mach ich auch jetzt. Ja, kannst du machen. Das ist ja Werbung fürs Spiel sozusagen. Sehr schön. Wenn dann Leute sich denken, oh, so eine coole Figur, mit der will ich jetzt, äh, losziehen. Ich hab meine zweite noch gar nicht gezeigt. Ja, hab ich hier so eine krasse Assassindame gebastelt. Oh. Der Wahnsinn. Ähm, wie dem auch sei, ja. So, so wurde das geworben. Wie weit geht denn das mit dem Editieren? Das kannst du... Da geht schon einiges auf jeden Fall. Du kannst leider die Hände nicht machen und die Füße halt irgendwie, die sind halt immer Standard, aber alles andere kannst du ultra, also es gibt irgendwie 35 verschiedene Muskeltypen, ja. Also Muskelwölbungen am Körper und irgendwie 40 verschiedene Arten von Haut. Wirklich sick. Ähm, ja. Und das wurde halt hier beworben, rated M for more. Und dann zoomt das halt so an den Arsch von diesem Mann hier ran, ja. Und da dachte ich mir, hm, cool. Und das ist ja eh so ein Ding gerade so, oh, thick ass man, alter geil, ja. Ja, das wäre ja gut, aber andersrum, wenn jetzt wieder an eine Frau irgendwie rangezoomt wird an den Arsch, das wäre ja wieder nicht machbar. Ja. Und hier, hier ist es legitimes Marketing. Ist doch schön, das mal so rumzuzeigen. Das halte ich nur auf Frauen. Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Ich fände es andersrum auch nicht schlimm. Ja, du vielleicht nicht. Ja, ja. Ja, weil es halt vor allem auch keine echten Figuren sind, sondern Fiktion. Ja. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wäre das da eine Frau, und da zoomt der offizielle Account von Drangstock mal ran und sagt, oh, M for more. Und es gibt ja auch Boobsleiders, ja. Ja, aber gerade weil es halt bei Frauen so viel passiert ist und sie immer oft sexualisiert worden sind, ist es doch schön, dass man da jetzt mal Männer vorhält. Ja, wenn das beides dann irgendwann legitim ist, ist das für mich lieber, als wenn jemand sagt, lass das jetzt gar nicht mehr machen. Also vor allem natürlich halt bei Fiktion. Und darum geht es mir, dass das Fiktion ist. Wenn du natürlich jetzt irgendwie einen Film hast und der wird beworben damit, dass man an den Arsch von Harley Quinn ranzoomt. Oh, Mist, das ist ja passiert. Aber weißt du, das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Allerdings, ja, also vielleicht steht da im Vertrag drin, kriegst du eine Million mehr, damit darf man im Trailer auf deinen Arsch ranzoomen. Mir wurde heute erzählt, dass man bei Cyberpunk wohl auch den Penis bearbeiten kann. Das gibt es hier leider, leider nicht. Das fand ich total, also, aber wofür ist denn das relevant, dass du die Genitalien erstellst? Na, wofür nicht? Das ist ja Teil des Körpers. Aber sieht man die auch mal, oder? Man kann die, glaube ich, auch sehen. Ich habe Cyberpunk nach wie vor nicht gespielt. Aber es gibt auf jeden Fall da auch Sex-Szenen, soweit ich weiß. Interesting. Wollte ich nur mal anmerken. Und wenn ihr Bock habt, dann holt euch doch mal den Dranks doch mal Character Editor auf Playstation, Xbox oder PC. Denn ich sage seit zwölf Jahren, zweiter Teil wäre sehr nötig. Und jetzt gerade die ersten Previews sind raus. Die nur alle sind begeistert. Wow. Die haben natürlich noch nicht die finale Version. Die Reviews dazu kommen erst in ein, zwei Wochen. Aber von allen Seiten. Jetzt hatten wir Schmidi noch ein Bild von Hand of Blood geschickt. Das war dann die Person, die ihn überzeugt hat. Hand of fucking Blood. Die ganzen professionellen Leute, die für ihren Lebensunterhalt Spiele reviewen, das ist egal, wenn die sagen, das Spiel ist richtig geil und könnte Game of the Year werden und so. Aber wenn Hand of Blood kommt und sagt, er ist noch nie so gehypt auf dem Spiel gewesen, dann ist das auf einmal wieder eine Sache. Aber warum nicht, wenn du Fan vornehmen wirst? Ja, mir ist egal. Hand of Blood hatte auch schon wieder Skandale die letzten zwei Wochen. Wenn jetzt hier vor einem Urlaub käme, würde ich sagen, hier Dragon's Dogma ist geil. Dann würde ich auch mal überlegen. Aha, siehste, ich hätte gern diese Position für dich, Tino. Weil ich so, monatelang, guck doch mal The Last of Us. Ich habe es gemacht. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es geschaut. Ja, wer es auch durchgezogen hat, ist Gevater tot, als er Akira Toriyama gesehen hat. Habe ich auch. Er hat seine Sichel, seine, wie heißt das, Sense durchgezogen. Was ist denn der jetzt? Einmal längster quer durch. Ja, der war gar nicht so alt, ne? Der Dragon Ball Schöpfer ist vorhin gegangen. Ja, ist, ja, ist nicht jung gestorben, aber es geht noch. Das ist kein Alter. Aber weißt du, woran er gestorben ist? Oder ist es noch geheim? An Versagen seiner Lebensenergie. Ach so. Kann passieren. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so informiert. Also es trifft mich natürlich total, weil Dragon Ball habe ich viel geguckt, aber ist mir halt trotzdem leider sehr egal. Ich habe da keine Regung vielleicht wieder in meine Argumentation des Soziopathen rein. Es ist schon schade, weil es ist ja schon für mich echt jung. Aber also die letzten Dragon Balls habe ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Jetzt Dragon Ball, wie heißt das? GT und... Nee, GT habe ich noch mal gesehen. Das war kacke. AF oder After Future und sowas. Es gab doch noch mal Dragon Ball jetzt hier vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie krass der da dran beteiligt war. Dragon Ball Z war so meins. Dragon Ball Z ist supergeil, wenn man den ganzen Filler wegkürzt. Aber ja, es ist trotzdem schade, weil der ist jung gewesen, der Mann. Rest in Peace. Willkommen im Brennpunkt Necrolog. Ja, da müssen wir jetzt mal alle Dragon Balls finden und den wiederbeleben, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und was auch gestorben war, die Woche war Meta, war down. Oh nein. Facebook ist abgestürzt und Instagram, WhatsApp irgendwie nicht. Aber jedenfalls Instagram und Facebook. Und da war auf Blue Sky richtig viel los. Da haben sie auf einmal angefangen, Sachen zu posten wie, seit dem Meta down ist, arbeite ich wieder gewissenhaft und konzentriert an meinen Zielen und so. Hat Dax Werner geschrieben. Also sehr witzig. Ja. Chuck Berry war auch ein Blue Sky. Echt? Aber dann eher so Rock'n'Roll. Auch gut. Nun, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wer soll dann irgendwie mit sinnlos dummen Leuten auf Facebook diskutieren, wenn das down ist, ne Tino? Auf meinem Handy ist gerade kein Facebook. Ah, nein. Ja. Wie kam das? Der Speicher war voll. Okay. Und irgendwie schaffe ich es nicht. Vielleicht ist ja hier ein Experte oder eine Expertin unter euch. Ich habe eine neue SD-Karte mit viel, viel mehr Speicher drauf. Und ich will quasi von meinem Handy die Dateien rüberschieben auf die SD-Karte. Aber es bricht immer ab. Es bricht ab. Ob ausschneiden oder kopieren. Irgendwann kommt immer so ein fataler Fehler oder irgendwas hat angezeigt. Dann musst du die einzeln, das war übelst nervig, aber wenn du die einzeln rüber importierst. Die Ordner. Du machst ja bestimmt alles zusammen oder so. Habe ich versucht, ging nicht, als das ewig gerechnet, wie lange es dauern wird. Ja. Da habe ich es einzeln gemacht. Da war es aber auch so Ordner für Ordner. Und ansonsten, hast du das am Handy gemacht oder am PC? Am PC. Achso. Ja gut, dann hört mein Wissen dann auch auf. Scheiß Technik. Wo auch Wissen aufhört, ist... Beim Anzeigenhauptmeister. Ja. Der hat natürlich nicht das Wissen gehabt oder die Weisheit zu sagen, oh nein, wenn ich jetzt in dieses Fernsehen reingehe, dann werde ich zerknödelt von allen Seiten. Denn das ist passiert, der Anzeigenhauptmeister, ihr habt es bestimmt mitbekommen, ein sehr virales Video. Wurde angezeigt. Vor sieben, acht Tagen oder so wurde das online gestellt von Spiegel TV. Ein 18-jähriger Boy, der sich vermeintlich auf dem Spektrum befindet, wie viele sagen, weil der, ja, eine gewisse seltsame Art an sich hat, die natürlich die Leute großartig provoziert, weil er rumläuft in diversen Städten und Dörfern und alle Leute, anzeigt, die irgendwie falsch parken oder irgendwas in diese Richtung machen. Aber falsch parken ist auf jeden Fall so sein Steckenpferd. Was für ein Hobby, oder? Unfassbar. Was für ein Hobby. Ist auf jeden Fall schon ein sehr mimbares Video. Dann gab es halt jetzt einen Artikel drüber, wie Spiegel TV einem 18-Jährigen den Mobbing freigegeben hat oder irgendwie sowas. Ich weiß gerade die genaue Überschrift nicht. Das macht natürlich einen Fass auf, ja. Wie viel ist da irgendwie schuld bei Spiegel TV, weil die den so vorführen und vielleicht das auch ein bisschen anhypen. Hier, mach doch mal was. Wie viel ist er schuld, weil er ist volljährig. Er weiß, dass er eine provokante Sache macht und er kann damit rechnen. Aber er ist halt trotzdem auch erst 18. Ja, wie viel dumme Scheiße macht man halt mit 18. Und ja, ich bin so ein bisschen in der Mitte auf jeden Fall, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, ist ganz witzig. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist keine Welt, in der ich leben will, wo Leute so drauf sind. Andererseits denke ich mir auch wieder, die ganzen Leute, die so aggressiv ihm gegenüber werden, ist halt auch wieder ein Armutszeugnis. Dieses, ja, du schreibst dich jetzt ja, hast du keine Hobbys, geh arbeiten oder was. So, und er rechtfertigt das ja so ein bisschen, dass er durch diese Anzeige, es gibt da so eine richtige Website für, das wusste ich auch nicht. Und er ist ja nicht mal Platz 1, ja. Es gibt Leute, die machen das mehr als er. Und er rechtfertigt das halt auf jeden Fall damit, dass er für die Stadt dadurch Geld gewinnt. Wobei ich mir denke, also ein Polizeieinsatz kostet ja auch Geld. Also wenn die jetzt kommen, die Polizei fährt vor und steht da eine Stunde rum wegen irgendwie einer Diskussion, wegen 50 Euro falsch parken. Das kann sich ja nicht so ganz die Waage nehmen. Naja, also man zahlt ja nicht extra, das heißt, wenn jetzt irgendwie Bullen ankommen und bestrafen jemanden, es ist ja Arbeitszeit, die abgegolten schon ist, weißt du. Ja, ja. Wenn sie in ihrer Arbeitszeit es schaffen, noch Geld zu generieren durch Falschparker und so weiter, dann ist es schon ein Gewinn für die Stadt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also bei der Feuerwehr zum Beispiel ist es ja schon so, wenn die jetzt einen Einsatz fahren müssen, dann kostet das ja auch extra oder nicht. Weil dann, weiß ich nicht, das Auto verballert Sprit. Und die müssen ja nicht losfahren, wenn nichts ist. Nee, also du zahlst ja auch vor allem dann, wenn es sinnlos war, dachte ich. Wenn du irgendwie Feuerwehr rufst. Das ist auch, in die Richtung wollte ich jetzt auch gar nicht zu sehr diskutieren. Mir geht es wirklich hauptsächlich darum, es ist an sich witzig. Und wenn, also ich hätte das richtig gefeiert, wenn irgendwie klar geworden wäre, früher oder später, dass er das wirklich macht, weil er halt ein Troll ist. Aber er scheint das wirklich so mit Leib und Seele zu spüren. Deswegen halt viele sagen, vielleicht ist er irgendwie autistisch oder sonst was, keine Ahnung. Aber alleine der Gedanke halt, in einer Welt zu leben, wo du nicht mit Leuten diskutieren kannst oder halt so menschlich aufeinander zugehen, sondern wo es heißt, ja, meine Frau war hochschwanger, ich musste die schnell da zum Arzt bringen, habe irgendwie einen halben Meter im Falschparken gestanden und jetzt kriege ich Geldstrafe. Und da kann man nicht sagen, hey, komm, du hörst die Situation, lass doch mal gut sein. Nee, dann lasse ich so, geht um Prinzip. Und in so einer Welt will ich halt nicht leben, das ist einfach Dreck. Nee, das sehe ich genauso. Ich bin auch über jeden Schaffner oder Schaffnerinnen im Zug froh, die dann bei Leuten, du sagst, komm, das nächste Mal holst du dir aber ein Ticket oder stempelst du es richtig ab. Ich verstehe schon, dass man auf diesen jungen Mann jetzt irgendwie Wut hat und dass man den irgendwie doof findet und die Meinung sagt, aber sollte echt rauskommen, dass der irgendwie auf dem Spektrum ist und sich nicht so richtig einordnen kann, dann sollte man Spiegel TV schon vorwerfen, warum sie das gemacht haben. Aber wenn der volljährig ist, wenn er... Nee, also ich will da ganz schnell reinkrätschen, weil das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das irgendwie eine zusätzliche Argumentation ist. Also ob der jetzt irgendwie Autist ist oder nicht, finde ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Da geht es eher darum, dass er 18 ist, finde ich. Das sagen halt Leute so. Aber 18 reicht ja auch nicht immer. Ja, der ist trotzdem erst 18, habe ich ja auch gesagt. Mir geht es nicht darum, dass der jetzt irgendwie, ja, der ist behindert oder sonst was. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, wenn jetzt jemand, wenn eine Person das nicht so richtig einordnen kann, wenn die halt geistig oder mental irgendwie eine Behinderung hat und das Ausmaß nicht einschätzen kann, was da passiert. Das, es gibt ja Menschen, die... Der macht das seit drei Jahren. Also der hat so viele Assi-Reaktionen schon, der muss das einschätzen. Ja, aber im Einzelfall vielleicht. Aber wenn jetzt ein Millionenpublikum das auf YouTube sich anguckt, wenn jetzt so eine Welle des Hasses ihm gegenüber schlägt, er jetzt erkannt wird, ist ein Unterschied, als wenn jetzt irgendwie der Nachbar sagt, ich habe hier, du hast mich angezeigt gestern und hier fick dich mal. Ja, wie gesagt, das finde ich ja genauso dumm, dass jetzt irgendwie, der wurde glaube ich auch körperlich angegangen, jetzt seit das veröffentlicht wurde und so. Ja, das ist dumm, also er hat jede Kritik verdient so, aber kein Hass und vor allem keine Körperlichkeiten. Das ist doch völliger Unsinn. Es ist ein Recht leider, es ist ein Recht, aber es ist auch das Recht der Menschen, ihn nicht zu mögen und ihm zu meiden. Ja. Muss man auch sagen. Ich finde halt auch witzig, dass keiner der Polizisten oder so, also es hat niemand den Eindruck gemacht, als wäre das super geil, was er da macht. Also auch die, für die es eigentlich gut sein sollte, wie jetzt Polizei oder so. Irgendwie, aber das meine ich halt auch so mit tendenziösen Berichterstattern, gerade bei Spiegel, die sind ja immer auch immer so, haha, hehehe, gewieft und so. Ja, die müssen ja nicht neutral sein, das ist immer so ein missverständliches Medien, die müssen nicht neutral sein, das glauben immer viele. Medien dürfen machen, was sie wollen. Ja, aber Spiegel, Alter, Spiegel ist doch, die feixen sich doch einen rein, die machen ja nicht mal, also schon Journalismus, aber das ist ja fast der Eulenspiegel oder sowas, was weiß ich. Naja, die haben halt einen gewissen Humor und haben halt auch eine gewisse, ich will nicht Agenda sagen, das ist Quatsch, aber die haben auch schon eine gewisse Meinung, die sie auch rüberbringen wollen, das dürfen sie ja auch. Dafür sind ja Medien auch irgendwie da. Ich kann es verstehen, wenn man das kritisiert bei den Öffentlich-Rechtlichen und so, das sollte schon ausgewogen sein, aber wenn jetzt irgendwie Medien anfangen, selbst hier kompakt und so, die ja so sehr pro AfD sind, es ist auch ihr Recht irgendwie Partei zu ergreifen, es ist lächerlich, sich dann unabhängig zu bezeichnen, was sie ja machen, das ist dann einfach gelogen, aber Medien dürfen durchaus ihre Meinung vertreten und auch dahingehend berichten, tendenziös. Also das ist schon, das ist okay. Solange nicht gelogen wird oder irgendwas. Ein anderes kontroverses Medium, wo Dinge passieren, die nicht okay sind, ist Twitch. Da ist nämlich der Streamer Kai Senat, oder Senat, ich weiß es immer noch nicht, wie man das ausspricht, ist mir auch egal, das ist der Typ, der vor einigen Monaten, wir haben darüber berichtet, in New York so eine kleine Massenpanik ausgelöst hat, weil er Playstation zwar schenken wollte und dann sind Fans hinter seiner Limousine hinterher gerannt, quer über die Straße und so, so ein Mob. Und der hat einen sehr wilden Livestream gemacht, bei dem unter anderem ein Papagei einfach im Raum rumgeflogen ist. Der Raum war sonst gefüllt mit 10 bis 15 anderen, ich betone das jetzt nur, weil es halt den Rassismus auch angezogen hat, schwarzen Leuten. Es ist sehr, sehr laut in diesem Clip, der da viral gegangen ist und der Papagei wird da halt, ich will jetzt nicht sagen misshandelt, aber das ist schon, der wird halt unter anderem in so eine Pappbox reingesteckt und einer von den anderen muss dann da so reingreifen und dann so, oh, und dann erschreckt er sich, weil, oh, es lebt und so. Und das ist auf Twitch und der ist immer noch nicht gebannt und kriegt keine Konsequenzen. Das ist halt wieder so ein Rundumschlag an kontroversen Typen, so ein richtiger International Leon Machère Guy oder was auch immer. Und das ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, also bei Tieren hat er Spaß auf, du. Wie beim Sex. Ich habe auch so Videos gesehen, wo irgendwelche Typen da ihre Katzen nehmen und die anpupsen und so, wo ich mir auch denke, wir dürfen die denn legal Katzen halten? Ja, aber das finde ich ja im Verhältnis noch, das ist natürlich irgendwie für uns Menschen voll respektlos, aber der Katze ist das scheißegal. Naja, wenn die dabei angepupst wird und das riechen muss, auch nicht geil. Ja, die riecht den ganzen Tag an irgendwelchen Katzenärschen. Ja, freiwillig. Konsens, aber nicht hier, wenn ich ankupse. Ach, jetzt können Tiere konsenten? Das ist ja interessant, Dino. Das sind auch Flinterpersonen für mich als Katzen. Okay, jetzt wird es auch gut. Flintertiere. Das sind die, die vom Löwenpatriarchat, vom König der Tiere unterdrückt werden. Okay, okay. Naja, es ist auf jeden Fall, also es ist so ein richtiger Cancer-Clip. Weißt du, es ist ein Raum mit 15 Leuten drin, die alle so... Alle drehen übelst durch und springen durch den Raum und in der Mitte ist halt so ein Papagei. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht. Es ist dumm. Vielleicht ist das jetzt langsam diese Phase, wo ich diesen jungen Content nicht mehr verstehe. Aber es ist natürlich... Ist der so jung, ja? Der ist, glaube ich, irgendwie 20 maximal oder so. Der ist halt wirklich gerade so krass ausschaut. Das ist der neue Ninja, nur halt viel kontroverser noch. Und ja, keiner weiß. Der neue noch Serrafo-TV quasi. Geht. Verstehe. Wer auch gegangen ist ins Gefängnis, ist Daniela Klette. Die gesuchte RAF-Terroristin, ehemalige, die war jetzt 30 Jahre lang im Untergrund. Die war einer sogenannten dritten Generation der RAF, zugehörig, und wurde wegen versuchten Mordes und schwere Raubüberfälle gesucht. Und ich zitiere jetzt mal einen Journalisten, der sagte, sie ist an ihrer Boomerhaftigkeit gescheitert. Und ja, ich habe nur gelesen, dass sie irgendwie durch KI oder so oder auf die Schliche gekommen sind. Unter anderem. Und wir haben halt Bilder von ihr genommen und geguckt, wie sie jetzt aussehen würde. Und das dann quasi so als Rückwärtsruhe gemacht, so über irgendwelche Online-Bilder. Sie haben ihr Gesicht reverse-ingeniert. Ja, quasi. Und haben dann ein Bild von ihr gefunden, auch von der Capoeira-Webseite, so einem Capoeira-Verein, wie sie so in die Kamera grinst und in so einer Demo drin ist. Und danach haben wir noch ein Facebook-Profil von ihr gefunden, wie sie irgendwie Bilder von irgendwelchen Gärten und Blumen teilt und so. Und dann hat man ihr Facebook-Profil gefunden, wo sie einfach Daniela Klette heißt. Nee, die hieß ja irgendwie anders. Claudia irgendwas. Rot. Ja, genau. Und es wurde jetzt so verhängen, dass sie halt unbedingt auf Facebook sein musste. Aber es kann schon sein, nach 30 Jahren im Untergrund wirst du vielleicht auch irgendwann mal falllässig und denkst dir, ja komm, juckt. Ja, die hat es doch gewollt. Das kann auch sein, dass sie vielleicht gefasst werden wollte. Wer weiß. Jede Frau immer. Ja, sie ist jedenfalls im Gefängnis und kann sein, dass sie dann nicht mehr so schnell wieder rauskommt. Die Frau Klette. Vielleicht sollte sie einfach rausklettern. Kann sie versuchen. Ein Witziges war noch, dass auch ihre NachbarInnen wurden interviewt und sowas hin dazu sagen, dass eine RAF-Terroristin eine ehemalige bei ihr gewohnt hat. Da muss ein Nachbar gesagt haben, oh, hätte ich das mal gewusst, dass neben mir so eine coole Person wohnt, auf Rotfront und so. Fand ich sehr witzig. Ja. Was hat die denn alles Schlimmes gemacht? Ist das nicht mal verjährt? Hat die ermordet oder was? Er bläffert versuchter Mord und schwerer Raubüberfall. Ja, aber versuchter Mord, der musste auch irgendwie mal 30 Jahre verjähren. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls. Mord verjährt nicht, aber versuchter Mord. Jetzt, mein Gott, drück doch mal ein Auge zu. Die Frau ist 60 oder was? Über 60 ist die, genau. Also. Aber hat noch Granaten und andere Waffen gebunkert. Also so ganz. Ja, für einen Notfall. Guck doch mal, wie die Welt sich entwickelt. Wer weiß. Eine Prepperin, meinst du? Ja, das ist noch von damals übrig geblieben. Das kannst du nicht einfach auf den Sondermüll werfen. Das ist ja verantwortungsbewusst. Du wirst nicht, wie sie es trennen soll. Die hätte eigentlich mal irgendwie eine Belohnung dafür kriegen sollen, dass sie so verantwortungsbewusst damit umgeht. Das stimmt. Und sie wird so auf Heike gesprochen. Kann ja auch sein. Granat ist doch auch nur ein anderes Wort für Pullenwöller. Ja, sehe ich auch so. War eine Knallerbsen oder so. Wurde da aufgepusht von Tagesschau. Ja, wenn du dich so gut auskennst, kannst du mir bestimmt auch dieses EU-Apple-Ding erklären, weil die EU hat Apple verklagt für 1,8 Milliarden, was echt viel ist. Und weil der App Store, ich kenne mich halt damit gar nicht aus, der App Store irgendwelche Einschränkungen gemacht hat bei Musikstreaming. Ja, die haben in ihrem Store ihre eigenen Apps und so bevorzugt. Das dürfen die nicht. Aha. Wenn die halt einen... Also wenn ich im App Store mir irgendwie Spotify suche, kommt aber vorher erst mal iTunes oder was. Wahrscheinlich so eine Art. Genau. Das ist passiert. Das dürfen die halt nicht. Spotify haben auch geklagt dagegen, aktiv, und haben Recht bekommen. Aber... Ja, die ganze EU hat halt jetzt geklagt. Ja, das ist aber auch nicht alles. Irgendwie gibt es noch andere Änderungen für die ganzen Firmen. Und zwar nennt sich das Digital Markets Act, DMA. Da schreibt die Tagesschau, mit dem Gesetz will die EU die Marktmacht von großen Plattformenbetreibern beschränken und für einen fairen Wettbewerb sorgen. Die Anbieter mussten ihre Angebote in den vergangenen Monaten an die Regeln anpassen. Das betrifft wohl Alphabet, also Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und ByteDance, zu denen gehört TikTok. Und wenn sie sich nicht dran halten, müssen die bis zu 20% ihres Jahresumsatzes quasi zahlen. Und als letzte Option, was mir sehr gefallen hat, ist die Europäische Union noch eine Zerschlagung der Konzerne. Ja. Ich bin hier echt viel Fan von. Da gräbst du direkt Klett des Granaten wieder aus, ne? Ist so. Und das ändert sich jetzt nämlich. Und zwar müssen Nachrichten von verschiedenen Messengern verschickt werden können. Also offenbar kann man bald eine WhatsApp-Nachricht an, weiß ich nicht, TikTok schicken oder so, ne? So was in der Art. Das verstehe ich zumindest. Apple muss den Download von Apps aus externen Marktplätzen ermöglichen. Damals das Thema wieder, dass sie iTunes bevorzugt haben. iPhone-NutzerInnen können künftig den Standardbrowser festlegen. Ich wusste nicht, dass es nicht geht, aber ich habe auch keinen iPhone. Ja, wir sind ja auch nicht dumm. Das stimmt. Und wir sind arm. Und Google muss die Ergebnisse von Spezialsuchmaschinen ausführlicher darstellen, zum Beispiel bei Reisen und Shopping-Angeboten. Also es gibt jetzt wieder viel für die VerbraucherInnen, was da passiert und es wird sich einiges ändern. Ja, ich habe das vor allem reingenommen, weil ich ja natürlich Mr. International bin und dann in den internationalen Foren unterwegs bin und mitbekommen habe, wie sehr die EU in diesem Fall abgefeiert wird, dass die sich ja sowas nicht bieten lässt, wie zum Beispiel den USB-C-Stecker, ja, der jetzt auch mandatory ist. Das ist doch gut. Und dann haben alle gesagt, guck mal, da können die Feiglinge von US, können sich da mal ein Scheibchen von abschneiden, von diesen Europas. Ich bin ein Fan von der EU und das wird mir auch zum nächsten Thema, denn die letzte Generation will sich für die EU-Wahl aufstellen lassen und wollen da richtig als Partei antreten und also ich bin gespannt, was die kriegen, wie viele stimmen. Ja, sind die jetzt schon Partei? Ist die Wahl nicht irgendwie schon ein paar Monaten? Na, Partei glaube ich nicht, aber die haben eine Liste gemacht. Aha. Also eine Wahlliste. Husch, husch. Und man konnte jetzt bis vor ein paar Tagen, glaube ich, noch Unterschriften einreichen, weil die brauchen, wenn ihr jetzt so EU-Wahl antreten wollt, als eine Liste braucht ihr wohl drei bis viertausend Unterschriften bundesweit, halb mit echten Namen, echten Adressen und so weiter, habe ich auch früher für die Partei gesammelt, also für die Partei. Und die haben es wohl jetzt bekommen offensichtlich und werden jetzt geprüft, die Unterschriften, und dann kann man die wählen zur EU-Wahl. Das ist für mich auch wieder so eine Sache, warum verbinden die sich nicht mal? Fridays for Future, Extinction Rebellion und jetzt hier die Kollegen. Weil die doch Unterschiede haben. Also gerade Extinction Rebellion sind ja sehr radikal. Ich weiß, aber da haben wir wieder dieses Ding von komm, finde doch mal einen kleinen gemeinsamen Nenner. Alle wollen das Gleiche eigentlich. Nee, nicht ganz. Naja, alle wollen irgendwie sinnvolle Klima. Ja, aber auch die Grünen wollen das ja auch angeblich, weil wir gehen ja nicht weit genug. Deswegen hat letzte Generationen und die Grünen jetzt auch nicht so die besten Freunde. Ja, aber es heißt ja auch nicht, dass jetzt sich da alle treffen und dann nur noch das machen, was die Grünen wollen, sondern dass sie aufeinander zugehen und dann den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und sagen, hier, wir stehen jetzt mal geschlossen beieinander. Das wäre vielleicht irgendwie doch mal gut. Naja, also letztendlich ist es ja so wie mit der Werteunion jetzt. Die werden ja wahrscheinlich auch dann mit AfD und so koalieren. Das ist ja nochmal eine extra Partei jetzt zwischen CDU und AfD, die aber dafür gemacht ist, für Leute, die halt nicht die AfD wählen wollen, weil die denen zu rechts ist. Und so ist es bei der letzten Generation auch. Die sind an sich Grünwählerinnen und so oder finden das ganz gut, aber für die gehen die Grünen nicht weit genug. Und es kann aber passieren, dass wenn die halt gewählt werden und eine Fraktion irgendwann bilden, dass sie dann zusammen mit Grüne und so eine Fraktion gründen oder ein gemeinsames Bündnis machen. Ja, ich meine die jetzt auch zusammenschließen, nicht jetzt irgendwie per se als Partei, sondern einfach als Gesamtpräsenz oder so. Wollen die halt nicht teilweise, weil wie gesagt, die Grünen ja auch gegen die Interessen von der letzten Generation und so agieren. Finde ich dumm. Klar ist das dumm. Gerade am Beispiel von Amerika, ich habe es eben gerade schon angedeutet, weil ich will da vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingehen. Und die 40% Hardline-Republican-Wähler in Amerika, weißt du, die haben auch Unterschiede, sagen, ja Trump geht eigentlich gar nicht oder Trump ist mein größtes Vorbild. Das ist denen aber egal, weißt du, die einen sich in der einen Sache, wir wollen auf jeden Fall, dass der republikanische Präsident da ist. Und da kommt auch Hinz und Kunz zusammen. Und das wäre halt mal ein Ding. Aber einige sagen jetzt auch, dass sie halt eben nicht Trump wählen wollen. Die sind eigentlich richtige Republikaner, aber sagen halt, nö, wenn der... Gibt es auch. Ja, das Lincoln-Project ist so das größte Ding von ehemals Republikanern, die jetzt gegen Trump schießen, weil die ganze Partei einfach zu sehr nach rechts abgetrifftet ist. Ich wollte die Gunst der Stunde einfach nur nutzen, um mal den State of the Union Livestream zu adressieren. Das ist so mal so, ich glaube, alle zwei Jahre hat der, oder in der Mitte der Amtsperiode oder so, oder jedes Jahr, ich weiß es gerade nicht genau, hat der Präsident immer so ein Stündchen, wo er quasi alles adressiert, was so gerade in der Welt passiert und in den Staaten und so und sagt, hier, dies und das. Und witzigerweise war Biden richtig fit, weil ihm wird ja immer nachgesagt, der ist das alte, stammelnde Großpapa. Das war eine KI bestimmt. Es kann schon sein, dass der irgendeinen Fitmacher sich gegeben hat vorher, auch irgendwie Adderall oder so was. Oder Red Bull oder einfach ein Zuckerkügelchen, ein kleines Mamba reingesteppt. Das gönne ich ihm. Der war auf jeden Fall sehr fit und hinterher gab es dann wieder die rechten Meinungsmacher, die dann sowas gesagt haben wie, das ging ja gar nicht, der hatte viel zu viel Energie. Während sonst immer gesagt wird, irgendwie Sleepy Joe und so. Echt, die suchen doch einfach nur, was sie kritisieren können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das meine ich aber. Aber deswegen können die sich so gut immer auf eins einigen, weißt du, weil denen ist alles scheißegal, die wollen einfach, ihr Team soll gewinnen. Es gingen ja auch so Clips viral, wo sie Trump-Anhängern so Fakten gesagt haben, die Biden gesagt und gemacht haben soll. Dann sagen die halt so, ja, können Sie mal sehen, das ist auch nicht wählbar. Dann sagt die Reporterin, ach, ich habe einen Fehler gemacht, müssen Sie es nochmal von vorne machen. Dann wiederholt sie die Fragen, aber sagt, Trump hat übrigens gesagt und gemacht. Dann sagen die, ja, das ist auch eine gute Sache gewesen und toll, wie sie echt auf die eins, eins selben Sachen anders reagieren, weil die Trump gemacht hat. Das ist so auffällig. Und das kannst du auch mit AfD-Wählenden machen. Geht mal zu eurem Onkel zum Beispiel, der AfD wählt hier, die uns, oder Oma Gerda, und sagt mal, übrigens, die Grünen wollten jetzt das und das machen, obwohl es die AfD gemacht hat. Und dann werden die wahrscheinlich richtig schimpfen mit, was, die Grünen wollen die Erwerbssteuer senken und so. Das ist ja auch unwählbar. Danach müsste aber offenbar, dass es die AfD wollte. Dann mal auf die Reaktion achten. Das ist unfassbar lustig. Ja. Macht Spaß. Es ist vor allem lustig, dass da 40% Leute Hardliner sind und sich nicht davon abbringen lassen. Es bleibt weiterhin spannend. Nikki Haley ist jetzt nach dem Super Tuesday rausgegangen aus der Präsidentschaftskandidatur. Das heißt, wir sind eigentlich fest locked in in einem Rematch von Trump vs. Biden. Da freuen wir uns doch alle drauf. Auf der anderen Seite hat man jetzt wieder die Nachrichten von der Donald verliert nach und nach die Fähigkeit zu sprechen. Da gab es, das hätte ich doch mal aussuchen müssen, da gab es wieder so Richtigkeiten. Das gibt es von beiden. es gibt es von allen beiden, von allen beiden Präsidentschaftskandidaten, gibt es so Compilations, wie die irgendeine Gülle zusammenlagen. Das wird immer schlimmer. Weil die sind halt einfach mal alt. Aber ich sage hier, ich weiß nicht, Game of Thrones hast du nicht zu Ende geguckt? Doch. Doch, hast du. Und da war jahrelang, da war jahrelang, ich sage jetzt nur das Stichwort, Clegane Bowl. Das war so ein Riesenmeme, weil eigentlich, da gab es so zwei Brüderfiguren, und jahrelang hieß es, ah, die werden bestimmt noch mal irgendwie gegeneinander kämpfen. Und das wurde so richtig angehypt. Und wenn man das so ein bisschen embraced, dieses ironische, ja, die zwei alten Männer haugen sich auf die Schnauze, dann kann man vielleicht dafür sorgen, dass das so ein bisschen wieder Enthusiasmus reinkommt, sage ich mal. Und dann nicht dieses, oh ja, jetzt die Rematch, wieder die beiden alten Säcke, die neuen Weltrekord aufstellen, die ältesten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten, die ihren eigenen Rekord von vorher brechen. Also, das ist eine Sache, glaube ich. Aber ist schon smart von beiden nochmal anzutreten, wenn er eh schon mal gewonnen hat. Ich glaube, das ist ein gutes Signal. Ja, smart weiß ich nicht. Also, der ist nicht, also, das ist nicht in Sack und Tüten, dass der gewinnt, auf jeden Fall. Das nicht, aber wenn man jetzt immer mehr hört von irgendwelchen Republikanern, dass sie jetzt halt doch sich Trump abwenden. Ja, aber das ist wieder dein Bubble-Ding, Tino. Das ist nicht die Realität. Nee, 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 eben nicht. Also, es sind ja Meldungen von den Repis, die halt sagen, ich wähle Trump nicht und so lieber Biden als ihn und so. Ja, aber also, du kriegst den harten Kern nicht weg und es gibt genauso viele Leute, die halt nicht pro Biden wählen, sondern anti-Trump und die werden halt auch einfach mal nicht wählen gehen, wenn es halt wieder heißt, oh ja, hier, der alte Sack da nochmal. Und das ist halt nicht in Sack und Tüten, aber es bleibt natürlich weiterhin spannend. Wir bleiben dran. Wer auch dran geblieben ist, das sind die Landwirte, denn die machen immer noch ihre tollen Aktionen und blockieren natürlich Autobahnen und Bundesstraßen. Und das Schlimmste war ja immer die Befürchtung, wenn die letzte Generation sich festklebt, dass ja Menschen sterben oder verletzt werden können durch ihre Blockaden und so weiter. Ist nachweislich nie passiert. Aber jetzt ist es passiert, dass Landwirtinnen haben in Brandenburg Gülle auf eine Bundesstraße gekippt und daraufhin gab es eine kleine Massenkarambolage oder zumindest sind Autos zusammengefahren mit Vernetzten. Und das ist jetzt passiert, wird aber klein geredet von wegen, aber die letzte Generation und da gab es auch mal Tote, was nicht stimmt. Ja. Aber jetzt ist es passiert, dass jetzt die Landwirte übertrieben haben. Assis, ich habe es ja vor Monaten mit dir schon besprochen, dass Bauern einfach nur der letzte Dreck sind und jetzt haben sie es wahrgemacht. Die Bauern sollten wirklich alle mal aufhören mit Arbeiten. Ist so. Brauchen wir eh nicht mehr. Unser Essen liegt doch jetzt eh im Supermarkt rum. Wir brauchen die Felder gar nicht mehr. Ich gehe zu Burger King und zu einem Pizzamann nebenan. Ja. Der brauche ich gar nicht. Wer braucht Landwirt? Raus mit den Viechern. Hast du noch spannende Themen? Ich habe noch eine spannende Sache. Du wartest ja sehnlichst drauf. Nee, ich habe nur zu schweres Leben. Weißt du, die Weltnachrichten interessieren dich wieder nicht. Ja, dann muss ich jetzt die zu schweren Themen. Wir hatten das letzte Mal nochmal Nawalny. Da kann ich nochmal sagen, weil Herr Roth ist so ein bisschen, na weiß ich nicht, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das was bringt. Und dann habe ich jetzt zumindest nochmal die schönen Fotos rausgesucht, wie da massenweise Leute wirklich irgendwie kilometerlang Schlange standen für die Beerdigung von Nawalny. Hinterher dann beim, beim, auf der Straße vorm Grab quasi so wirklich drei Meter hohe Berge an Blumen, was halt echt hart ist. Aber das geht natürlich wieder einher mit negativen Nachrichten, denn Russland verwendet jetzt Facial Recognition, um diese Leute ausfindig zu machen, die bei der Beerdigung waren. Demokratie halt. Richtig weird shit, Alter. Und Macron ist bereit, alles nach Ukraine zu schicken, wenn Russland nach Kiew oder Odessa geht. Das ist doch schön, oder? Ja, es ist halt Eskalation, aber was willst du denn gerade machen? Die Russen, die sind gerade im Vormarsch in der Ukraine. Sieht nicht gut aus für die Ukraine. Ja, für die Palästinenser sieht es auch nicht gut aus, wobei, die haben ja natürlich ja noch ein ordentliches Ass im Ärmel, denn Erdogan hat gesagt, dass die Türkei fest hinter den Hamas-Führern steht. Ah, schwierig. Ich weiß nicht. Aber er hat auch gesagt, es wird seine letzte Amtsperiode beziehungsweise Wahl sein, von daher, das Problem löst sich bestimmt von alleine. Nachher wird wahrscheinlich ein dings cooler Woker-Typ kommen und wird eine ganze Türkei umschmeißen und wird einen Regenbogen in die Fahne reinbasteln. Ja. Edophans. Das doch genauso wird es sein und das ist doch dann ein gutes Schlusswort für ein positives Weltbild. Quasi. Immer nach Hause. Telefonieren. Euer E.T. Es sind ja auch bald Wahlen in Russland, ne? Demnächst. Ja, Wahlen. Ja, Wahlen. Aber die AfD fährt jetzt hin und will irgendwie da Wahlbeobachter spielen. Die ganze AfD, die kann da ruhig bleiben. Als Experten für Demokratie, nennen sie sich. Geil. Und wollen die Wahl beobachten. Sehr spannend. Ja. Was gehen wir denn noch, Robin? Ich finde das ja geil, wie das so geschifftet ist, ne? Weil damals war, ja, diese, also gerade auch, ich erwähne es wieder, Amerika hat ja immer diese große Russland-Phobie noch vom Kalten Krieg. Aber da es jetzt so dieser Culture War geworden ist, so, wir, die Konservativen gegen die Woken und das, das ist, was Russland auch vertritt, gibt es da halt jetzt wieder eine gewisse Nähe auf einmal. Ja. Das ist super geil. Es ist sehr, sehr inspirierend. Ja, diese Woche ist natürlich eine Woche, die auf jeden Fall Happenings hatte, aber nicht so viele. Ich finde, durch die RAF-4-Terroristin und durch den, durch Akira Toriyama ist schon ein bisschen was passiert. Ja, das Apple War-Ding ist halt irgendwie für mich diese Woche nochmal groß gewesen, weil ich mich da viel reingeguckt habe, aber ja, ich weiß nicht, das hat letzte Woche schon angefangen. Der Release von dem, von dem geilen Charakter-Creator ist halt richtig sick, ne? Also da muss man schon sagen, warte mal, ich habe hier noch eine, guck doch mal, Alter, das ist doch, die sieht einfach realistisch aus. Ja, durchaus. Ich würde schon so eine 7 sagen. Oh, eine 7, das ist, oh, ich weiß nicht, da fliegt mir die Buchse weg. Für Klette oder was? Ich meine, das ist eine Frau, für irgendeine Oma, Alter. Ja, die wurde ja ewig gesucht und dann, es gab auch ein Podcast letztes Jahr, wo man sie versucht hat zu finden, wo man auch schon diese Bilder von einem Capoeira-Treffen gefunden hat, aber dachte, naja, ist sie vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Haben sie abgeschlossen in dem Podcast und dann war es es halt wirklich gewesen. Das fand ich schon ganz witzig. Also ich bin eher bei 6,5 maximal. Ich lasse mich gerne runterhandeln. 7 fühlt sich nicht so gut an. Ich lasse mich gerne runterhandeln. Und das, obwohl Dragon's Dogma teilreleased wurde. Das ist okay für mich, 6,5. Okay. Puh. Wir haben letzte Woche keinen Song in die Playlist getan. Äußerst schändlich. Das könnt ihr ruhig machen. Ihr müsst mir nur Bescheid schreiben, dann kommt es in die Playlist. Ja, das wusste ich halt nicht so, weil ich bin da ja nicht an der Quelle, aber ja. Ach, easy. Dann hätte ich hier einen, aber weiß nicht, wie du den finden sollst. Gib mal einen Gar, 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 SP. Gar, Gar, Gar? SP. Ja, da ist es auch schon. Guck mal. Das ist die Band. Das ist die Band, ja, die habe ich live gesehen. in Dokio. Welches von den Schriftzeichen soll ich rein machen? Warte, das oberste ist es. Okay. Das hat auch am meisten Views, siehst du? Brecher. Weißt du, wie es heißt? Dohatsi, Lemusri. Okay. Ja. Hört es euch an? Geil. Ich habe was Deutsches für euch, aber was sehr Queeres, und zwar Ross Anthony. Als ich jetzt krank war, habe ich viel Musik gehört, auch in der Badewanne. Oh, ich habe nicht mehrere Songs, die geil sind. Die Woche erst mal Ross Anthony, denn ich habe, während ich gezockt habe, das neue Album von ihm gehört. Das ist ja ein schwuler Schlagersänger, der aber früher bei Bros ist. Ross Anthony ist ein Schlagersänger, ja. Der früher bei Bros ist gesungen hat. Jetzt macht er ja Schlager. Gott. Sein Ehemann ist Operansänger, die machen manchmal auch so Duetts, was ganz witzig ist. Der erste Song seines Albums heißt Lass die Liebe, Liebe sein. Und der ist richtig cool. Es ist halt echt der CSD-Song des Jahres für mich, liebe Leute. Queere Musik von mir für euch. Ross Anthony, Lass die Liebe, Liebe sein. Lass den Frauentag, Frauentag sein. Ja. Jetzt habe ich dir das sogar Ja gesagt. So heißt der zweite Song von Ross Anthony. Ja. Aber was ich noch erzählen wollte, ich habe eine Doku gesehen über, wie heißt es, Siegfried und Roy. Und die hatten auch ein richtig spannendes Leben. Und hast du gewusst, dass Michael Jackson und die beiden übelst dicke Freunde waren, dass Michael Jackson sogar ein Album gemacht hat für die, einen Soundtrack für Siegfried und Roy. Nee, wusste ich nicht. Hat Michael Jackson zufällig den Tiger zu sich auf die Ranch eingeladen? Nee, war ihm zu alt, glaube ich. Jedenfalls, Mind is the Magics, auch ein geiler Song von dem Album. Und da gibt es halt echt so Siegfried und Roy. Also richtig geil, Michael Jackson für Siegfried und Roy Musik gemacht. Echt empfehlenswert. Ja gut, dann bedanke ich mich hier bei den Leuten fürs Einschalten, Ausschalten raus, die Sau. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe wir jetzt hatten. Nicht, dass es irgendwie eine special Ausgabe war. Nee, 233, ganz entspannt. Okay, easy peasy. Und weißt du, was Besonderes ist, wenn ich da bin und ich krank bin? Langsam wird es was Besonderes, weil dein Immunsystem wird nicht besser. Nee, wird es auch nicht. Das ist Long Covid, liebe Leute. Lass dir das nicht einreden. Mir haben sie damals eingeredet, du wirst nie, auch nicht Sport machen können, du hast einen krummen Rücken. Ach so. Und ich sage, fuck off. Mir haben sie auch mal gesagt, irgendwie, dass ich sportlich niemals ein Ast sein werde, wegen meiner Atmung und wegen Knien und so weiter im Rücken. Du wirst kein Ast sein, du wirst ein Ast. Maaaah. Ist so. Und wir haben recht behalten, ich bin kein Sportler. Außer ein Benz-Sportler. Da hättest du ja in die Richtung auch einfach mal einen Paukenschlag machen können, statt einfach nur, nee, ach, ich kann das nicht. Ich habe das als Ausrede genutzt, ich kann keinen Sport machen, ich darf nicht. Die habe ich ja immer gehasst, diese Kinder in der Schule, mit Attest. Oh, ich muss ja nicht 50 Meter schwimmen, ich habe einen Attest. Halt's Maul. Oh, ich war so einer, aber nicht mit Attest, ich war eher so einer, oh, ich habe so Bauchweh und Kopfschmerzen. Und das lassen die da durchgehen, Alter. Alter, meine Lehrer hätten mich aber ins Wasser gedroppt kicked. Oder das Sportzeug vergessen und so, das war schon mal eine geile Ausrede. Ich habe Sport so gehasst, Alter. Und schwimmen, vor allem schwimmen. In der Grundschule ging es, aber dann, als wir älter waren, sollten wir so vier Bahnen schwimmen. Ich dachte, Alter, ich bin noch nie in meinem Leben mit vier Bahnen geschwommen. Ja, viel lieber vier Bahnen Koks. Dann bin ich ins Wasser, habe gesagt, mir schwindel ich, bin raus, durfte dann freimachen und wurde nicht benotet. Du durftest dich freimachen? Nee, also ich durfte, das habe ich gesagt, weil ich nicht mehr, ich musste jedenfalls nicht rein, durfte freimachen, durfte mich halt an den Rand setzen und sollte halt so ein bisschen mitgucken einfach. Und ja. Aha, der kleine Tino saß also am Rand und hat die ganzen halb angezogenen Kinder sich angeguckt. Ich war auch noch ein Kind, ich durfte das dann noch. Ach so. Ja, hätte Can diesen Lifehack gewusst, Anna-Chan, du darfst so viele 14-Jährige bumsen, wie du willst, wenn du selber 14 bist. Oh, Mist. Manche holen sich erst nach, dass sie vielleicht mit 14 nicht so ein Sexualleben hatten und so, wenn sie schüchtern waren und jetzt halt das nachholen. Wer weiß. Wenn man das mit 35 nachgeholt hat, dann... Na ja, gut. Übrigens noch ganz kurz zum Schluss, ich bin mal andersrum gegroomt worden, mehrfach schon. Es ist, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take oder ob es jetzt doof ist zu sagen, aber seitdem ich erwachsen bin, hatte ich öfter von irgendwelchen Leuten, die jünger waren als ich, auch minderjährig, die mich angemacht haben. Ich glaube nicht, dass das unter die Kategorie Grooming fällt. Aber andersrum, weißt du, die dann irgendwie so 13, 14 waren, die haben mich angesprochen oder angeschrieben, auch bei Instagram und so. Die ganzen Kinder wollen mich immer bumsen, ey, ist so anstrengend. Aber es kamen zwei, dreimal vor, die dann gesagt haben, ey, du bist aber süß und so auf dem CSD. Und ich fragte, wer bist du denn? Ja, ich bin 14, da war ich halt schon 20. Hast du gerade gefragt, wer bist du denn? Ich bin 14. Nee, wie alt bist du denn? Und so, wie alt. Und dann haben die halt gesagt, ja, 14 oder 13 und ich bin 20. Und dann meinten die, ja, komm, wir uns 14 mal treffen. Und dann habe ich gesagt, nee, eben nicht. Dann meinten die dann zu mir ohne Scheiß. Ja, wenn ich 18 bin, melde ich mich wieder bei dir. Und so, weißt du. Und das sind halt so Sachen, das ist mir andersrum passiert. Das sind alles gestörte Kinder, die wurden schon zurechtgegroomt, weißt du. Die haben schon 20 Sex-Karrieren hinter sich. Wer weiß, ist, aber wir haben ja zu jung. Die haben schon schon dreimal gehabt. Und die sind jetzt drauf geeicht. Und ich weiß, einmal hat mich eine bei Studi-Vorzeit oder Schiller-Vorzeit angeschrieben, da war ich auch schon so 22 oder weiß nicht, wie alt ich da war. Und die war erst 14 und die hat mir geschrieben und die war, es war kein Fake-Profil, weil ich wusste, ich kann dir die von entfernen. Die hat mir geschrieben, hi, ich heiße und wie geht deine Hose auf? Ja gut, das ist natürlich auch so ein Gag. Das war kein Gag. Das war kein Gag. Die hat mir eure Foot schon direkt ins Gesicht geschrieben, hat die. Wir haben dann drüber geschrieben und die hat dann gesagt, Alter, du bist mir viel zu jung, so mach mal, die halt so schade und weinsmiley und so. Ohne Scheiße, ich bin Anti-gekroomt worden von minderjährigen Leuten, die mich angekroomt haben. Tino kann es nicht wehren, Alter. Der kann sich gar nicht schützen, Alter. Von allen Richtungen kommen die Kinder und Kinder angeflogen. Es gibt doch auch so, oh Gott, das ist ein ganz komisches Fahrwärter, aber so Pädophile, die doch behaupten, dass die Kinder sie verführt hätten. Ja. Das gibt es ja, aber da erzählen sie eigentlich. Du hast es ja gerade auch berichtet. Ja. Aber die waren jetzt keine Kinder, die waren ja nicht fünft, die waren ja schon 12, 13, 14. Na gut. Schwierig. Na gut. Damit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende, nee, ja so in den Restsohntag. In das Restwochenende. Restsohntag. Viel Spaß und bis nächste Woche, wenn wir alle fit sind. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir haben voll überzogen. Na, sagst du es ja, bitte schön. Bis zum nächsten Mal. age� Bis zum nächsten Mal.